hallo freunde ich grüße euch heute wollen wir uns mal mit der marshall verteidigung beschäftigen das ist die nach d4 d5 c4 und springer f6 nicht zu verwechseln mit irgendwelchen marshall varianten der hat eine frank marshall hat sehr viele sachen kreiert marshall angriff aus dem spanier kennen wir oder die aus dem demi halbslav ja die sind dieses triangel dieses e4 gambit und noch viele mehr im franzosen hat ja seinen namen hinterlassen also muss man ein bisschen aufpassen wenn man marshall marshall variante marshall gambit oder so sagt ja muss man so ein bisschen definieren hier gucken wir über das die marshall eröffnung d4 d5 c4 springer f6 als erstes fällt auf dass schwarz darauf verzichtet einen bauern ins zentrum zu stellen sogar diese ganz klassische also diesen d5 mit einem bauern zu unterstützen hat ja ein bauern im zentrum dass das war früher natürlich etwas etwas unpopulär denn früher hatte man gesagt wir müssen erst mal ein bauern im zentrum haben und auch behalten damit wir dort einfluss haben erst im laufe der zeit kam natürlich diese modernen varianten wie grünfeld indisch und so weiter ins spiel und wurden verbessert nichtsdestotrotz diese marshall diese marshall verteidigung hat bis heute keinen so optimalen ruf und wir gehen einfach mal davon aus und dafür ist dieses video auch gedacht dass wir als anfänger gegen gleich starke spielen vielleicht auch anfänger oder in dem bereich irgendwo her vereinspieler anfänger vereinspieler dass dass die leute einfach keine wirkliche ahnung von theorie haben und nicht mit irgendwelchen tricks rein und feinheiten über zug folgen und sie irgendwie reinlegen wollen davon mal ausgehend schauen uns diese öffnung an gucken wie wir das mit mit weiß irgendwie hinkriegen wie wir das spielen wollen dann kriegen wir so einen kleinen eindruck davon was hier so alles passieren kann am ende zeige ich euch dann noch eine partie die magnus karlson gespielt hat so in dem sinne würde ich sagen fangen wir an wie gesagt schwarz hatte hier drauf verzichtet mit e6 oder c6 diesen diesen bauern im zentrum zu unterstützen und wir schauen mal ich habe ganz am ende des videos verlinke ich auch noch die ein link zu einer studie die auf die chef gemacht habt da könnt ihr euch das hier in ruhe auch noch mal angucken von daher wer hier nicht mitkommt in dem sinne oder ich gehe hier zu schnell durch wer kann da bei der lisa studie gucken so springer 6 so die erste idee wir nehmen mit weiß auf die 5 das ist relativ klar weil wir haben ja hier noch noch jetzt diesen d5 entfernt und haben damit potenzial für e2 e4 jetzt schauen wir uns mal als erstes an jetzt könnte schwarz hier zum beispiel mit der dame schlagen kann man natürlich machen hat so ein bisschen die skandinavische analogie aber der unterschied ist halt hier habe ich noch diesen e bauern als weißer und wenn ich meinen den den springer entwickeln mit tempo auf die dame dame geht zurück natürlich jetzt nicht die theorie in allen facetten erklären ich möchte nur einfach mal so ein bisschen so einen kleinen fluss hier reinbringen wie weiß spielen kann ein paar ideen an denen er sich orientieren kann so und zack setzen wir das zentrum e4 d4 besetzt und haben raumvorteil und ja alles gut und davon ausgehend dass vielleicht schwarz nicht so wirklich die große theorie ahnung hat hier erstmal sonst würde er vielleicht eine andere variante spielen möchte euch mal zeigen was in der praxis so alles passieren kann zum beispiel dass schwarz e6 spielt um sich jetzt irgendwie in irgendeiner form zu entwickeln und die rochade anzustreben was ja auch grundsätzlich nicht ganz schlecht ist weiß entwickelt sich mit springer als normal weiter laufer b4 so jetzt sehen wir durch diese fesselung droht und hängt der e4 den ziehen wir den decken wir indem wir den laufer ziehen mit einem ganz normalen entwicklungszug ja alles kein problem schwarz rochiert so und jetzt wer genau hinguckt ahnt bereits oder erkennen vielleicht ein kleines muster nämlich wem sagt diese aufstellung von läufer springer und dame und mit der mit der möglichkeit e4 e5 dass hier ein bauer steht nach e4 e5 wem gehen da schon die ersten lichter an genau griechisches gift griechisches gift ist dieses läufer opfer auf h7 und da der laufer hier auf b4 steht und nicht auf g5 haben wir hier schon eine eine optimale grundvoraussetzung wir schauen mal ja wir sehen alle alle figuren stehen optimal für dieses griechische gift und zack gewinnen wir mit läufer h7 die partie auch relativ schnell als beispiel wenn der könig zurück geht kommen wir eben nach h5 und drohen ein schachmatt das kann schwarz im grunde nur ab werden wenn er die dame abgibt aber das macht natürlich auch keinen keinen großen sinn und wenn er mit dem turm weg zieht um fluchtfeld für den könig zu machen kommt ein ganz normal ein standard wie diesmal nennen ein standard eine abwicklung nämlich mit dame f7 entfernen wir zunächst den f7 bauen damit die siebte reihe auf ist und dann kommen immer erzwungene schachs und jetzt sehen wir der f7 dass er fehlt ist dann eben jetzt ein schach und dann ist auch schachmatt durch den bauern e5 war jetzt ein bisschen schnell ja aber so rein grundsätzlich diese diese abwicklung ist recht bekannt hoffe ich mal schauen uns mal die nächste partie an ich muss mal eben ganz kurz die studien auf anfang stellen so da sind wir hier spielen wir die grundstellung springer f6 nehmen so jetzt nimmt der schwarze mit dem springer macht ja auch durchaus sinn dafür hat er den springer entwickelt und wir können natürlich hier grundsätzlich schön das zentrum setzen zwei bauern im zentrum ist doch eine schöne sache er geht weg greift den bauern an wir entwickeln uns auf figuren auf ganz normale natürliche felder der springer geht nach f3 der laufer nach d3 spielen dann den bauern nach e5 das ist die grundidee und hier baut sich schwarze mit laufer e7 auf jetzt hat er nämlich dadurch dass der laufer hier steht dieses feld noch einmal kontrolliert jetzt haben wir noch die zutoption h2 h4 zu spielen sieht ein bisschen aus wie kaffee hausschach ja gebe ich zu aber dazu kann natürlich die idee das feld zu unterstützen und damit der springer hier nach g5 kommt und gegebenenfalls würde der turm auf h1 hier aktiv werden wir schauen uns mal an wie das so sein könnte wenn schwarz gar nicht aufpasst ja zack droht wieder dieses griechische gift und wir kommen mit dem springer dahin und mit der dame nach vorne und wenn der laufer dann den springer schlecht schlagen wir immer mit dem bauern was die h linie öffnet das matt auf der h linie ist nicht zu verhindern schwarz versucht sich ein fluchtfeld für den könig zu schaffen indem man den f bauern zieht aber dann kommt immer das muster dass wir unseren bauern nutzen um dieses fluchtfeld hier zu verhindern und dann ist eben matt auf der h linie so einfach kann sein schauen wir uns das nächste beispiel an nehmen spiel 4 3 und spiel h4 so jetzt denkt die schwarz boah jetzt droht dieses laufopfer spiel ich mal h7 h6 damit ist das feld hier kontrolliert das laufopfer auf h7 so ein bisschen verhindert und ja hier hat weiß im grunde eigentlich mehrere möglichkeiten zu spielen eine der möglichkeiten ist es zum beispiel mit dem laufer zurück zu gehen und dann die dame laufer batterie auf dieser b1 h7 diagonale zu eröffnen und vielleicht mal matt zu drohen wäre schon möglich eine zweite möglichkeit wäre jetzt hier mit dem bauern sturm zu kommen denn wir sehen ja dass dieser bauer eine schwächung der königstruktur darstellt und wir können diesen bauern nutzen um mit g4 g5 anzurempeln und linien zu öffnen wäre auch schon eine aggressive art natürlich keine frage aber eine sehr erfolgsversprechende eine dritte vielleicht sogar die beste aber das ist natürlich geschmackssache ist mit dem turm nach h3 zu kommen denn der turm möchte über die g-linie eingreifen auf der wo der könig steht laufer schlägt h6 dann so mit festungs motiven oder sowas zu arbeiten und wenn schwarz hier nicht aufpasst zum beispiel springer z6 spielt ja dann haben wir schon die möglichkeit zack laufer schlecht h6 ja und schon schon ist der angriff im vollen gange dann gehen wir hier schach wir sehen der könig kann nicht nach h7 wegen dem laufer muss also nach h8 und da ist der h6 eben nicht gedeckt jetzt kommt die dame und möchte einfach diesen bauern schlagen und damit schachmatt setzen schwarz muss hier also laufer g5 spielen und die figur zurückgeben und weiß hat einfach weiterhin einen super angriff gegen den könig lang auch gerade den turm hierhin hat so viele möglichkeiten das wird mit sicherheit irgendwie matt gehen also wir sehen dass auch auch der zug h6 der das laufer opfer auf h7 verhindert große nachteile hat okay schauen wir uns das nächste beispiel an und jetzt spielen wir mal diese reihenfolge genau jetzt geht der springer nach nach b6 dadurch fehlt uns hier wenn wir mit e4 e5 spielen ein tempo auf den springer f6 nichtsdestotrotz der springer hilft natürlich nicht ab nicht beim beim königsflügel überhaupt nicht mit nichts nichtsdestotrotz müssen wir eine kleine kleinigkeit beachten so wir haben jetzt hier einmal die rohade gespielt jetzt könnten wir sagen kommen wir spielen e4 e5 mit den gleichen ideen richtung h7 griechisches gift und schwarz sagt sich kommt ich spiel c5 greife im zentrum an grundsätzlich immer eine gute alternative keine frage diesen bauern nehmen wir raus um den läufer von g5 abzulenken so und jetzt die frage geht jetzt hier dieses griechische gift und um das zu beantworten brauchen wir im grunde immer nur die feststellen kann schwarz am ende auf auf dieser diagonale das feld h7 denken ja entweder mit dem läufer nach f5 oder vielleicht sogar mit der dame mal nach d3 auch das ist möglich auf dieser diagonale wenn schwarz das nicht kann ist dieses opfer hier oftmals sehr sehr gut so jetzt sehen wir die dame kommt nach d3 deckt das matt auf h7 jetzt könnten wir sagen komm springer e4 blockiert diese diagonale und jetzt sehen wir aber der grund warum wir mit weiß eben erst rauchiert haben denn unser könig steht auch noch im zentrum und schwarz kann mit laufer b4 ja jetzt haben wir ein problem bekommen hier nicht raus ja wir müssen den laufer davor stellen er kann abgetauscht werden und wenn der springer zurückzieht dann kann die dame eben hier wieder nach g6 kommen bei der verteidigung helfen schwarz überlebt diesen angriff und deswegen spielen wir hier erst rauch harte und auf c5 schlagen wir trotzdem immer auf c5 weil wir diesen läufer hier ablenken wollen von von g5 spielen dann e4 e5 haben einen raumvorteil schließen den laufer auf c8 ein und drohen natürlich unser schwarz nicht aufpasst jetzt unser griechisches gift denn jetzt ist am ende die dame zwar hier auf d3 aber unser springer kann das blockieren und jetzt wird es eben matt auch sehr interessant jetzt schauen wir mal soll natürlich nur einen ersten eindruck vermitteln zu dieser öffnung ganz so schlecht ist sie vielleicht auch nicht und eine idee sollten wir für schwarz im hinterkopf haben nämlich wenn wir in dieser stellung in zug e4 spielen der springer geht nach f6 greift den e4 an wir springer c3 jetzt haben wir gesehen dass dieser zug e6 immer sehr sehr passiv ist und schwarz sollte hier oder kann hier auf jeden fall den zug e5 spielen ein gegenschlag im zentrum beide läufer sind jetzt hier frei und das ist viel viel besser als e7 e6 keine frage ich habe jetzt e6 nur mal kurz gezeigt in paar varianten was in der praxis einfach häufiger vorkommt aber dieser e7 e5 ist ein guter zug und die idee davon ist zum beispiel wenn wir auf den vom schlagen würden käme der tausch und jetzt auf springer schlechte 1 wäre der e4 weg und auf könig d1 kommt der springer nach die vier mit der gabel drohung auf f2 haben müssen wieder zurückgehen schwarz bekommt seinen bauern zurück weiß steht immer noch leicht besser weil er etwas mehr einfluss im zentrum hat die figuren auch auf leichte entwicklungsfelder bekommt aber wir haben eben noch nicht diesen diesen matt angriff das ist etwas was was in der praxis etwas häufiger aufs brett kommen könnte so aber auch hier hätten wir immerhin noch einen vorteil so ist es nicht aber trotzdem dieser zug e7 e5 den müssen wir uns merken und deswegen gucken uns das nettes das letzte kapitel an nach dem schlagen jetzt ist eben wichtig wir wissen als weißer wir kommen zu e2 e4 da kann schwarz im grunde fast nicht verhindern ja so züge wie f5 scheiden natürlich irgendwie aus aber um den zug e7 e5 zu verhindern fangen wir mit springer f3 an und verhindern verhindern diesen zug der springer soll doch sowieso nach f3 ist ja gar kein problem und danach spielen wir wieder e4 und die figuren raus aber haben die schwarzen möglichkeiten eingeschränkt das ist natürlich gut schwarz hat hier natürlich diverse optionen es gibt springer z6 da landen wir in irgendeiner chirurgien verteidigung mit springer f3 variante die ich selber auch nicht spiele mit schwarz mit weiß er könnte aber auch den zug g7 g6 spielen und in so einer art grünfeld indisch landen aber weiß hat zwei bauern im zentrum ein schönes aufgebautes zentrum hat problemlos hier kann die figuren entwickeln und hat einfach einen leichten vorteil im gegensatz zum grünfeld indisch ist dieser springer jetzt hier auch nicht getauscht und hat weiß sicherlich einen kleinen vorteil vielleicht nichts dramatisches so wie bei dem griechischen gift aber immerhin damit können wir schon mal arbeiten genau jetzt haben wir schon mal so einen ersten eindruck davon dass weiß es wirklich leicht hat seine figuren zu entwickeln das zentrum zu besetzen figuren rauszuziehen und je nachdem wie schwarz spielt ja entweder mit diesem griechischen gift oder mit anderen varianten jetzt möchte ich euch zum abschluss noch eine teil sympathie zeigen die er in einem simultanen gespielt hat der gegner wird wahrscheinlich auch er und normaler durchschnittsspieler gewesen sein kein 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 profi in dem sinne und karten zack spielt springer f3 da war ich wirklich sehr beruhigt dass er den gespielt hat weil einfach e5 verhindert werden soll und jetzt kann ich e4 spielen der gegner spielt hier laufer b4 schach das ist ein interessanter zug denn das muss ich abwehren karlson macht das mit laufer d2 und schlägt mit der dame zurück natürlich möchte er weil er weiß der springer von von d5 muss er jetzt wegziehen dann kann ich meinen springer auf das viel aktivere feld c3 stellen durch diesen läufer tausch hier auf der schwarzfeldigen läufer ist natürlich dieses griechische gift hier so ein bisschen rausgenommen worden aus der stellung keine frage weil die dame eben auf d2 steht und nicht mehr auf d1 um nach h5 zu kommen aber gut wir haben trotzdem das schöne zentrum zwei bauern was will man ja der gegner spielt springer zu 6 und wir spielen laufer b5 oder karlson vielmehr rochade rochade alles glaube ich sehr normale züge weiß hat einen raumvorteil ohne jetzt konkrete varianten berechnen zu müssen jetzt hat der gegner mit a6 sicherlich einen fehler gemacht denn er produziert quasi diesen tausch auf c6 der doppelbauer den kennen wir per se ist isoliert und grundsätzlich nicht gut auf der c linie den kann weiß natürlich hier wunderbar angreifen aber auch der laufer c8 ist jetzt durch den zug a6 jetzt hier noch mehr eingesperrt ja auf der diagonale e6 kam er ja auch nicht mehr raus und das war sicherlich sehr sehr ungenau karlson spielt turm zu 1 sieht natürlich aus damit e8 versucht wahrscheinlich hier diesen bauern gedeckt zu halten beispiel e4 5 sichert sich ein raumvorteil das kennen wir jetzt kommt dieser bauer hier nicht mehr nach vorne der laufer bleibt eingesperrt wie mehr kann man ja von einem zug auch nicht erwarten der gegner spielte springer g4 vielleicht wäre springer d5 etwas besser gewesen wir sehen auch gleich warum und nicht nur dass wir mit e4 e5 diesen springer hier vertrieben haben wir haben auch das feld e4 für unseren springer freigemacht wir sehen die kontrolle das feld vor dem vor dem isolani wird total kommt kontrolliert und dominiert von den weißen figuren und diese bauen sind super schwach und werden wenn karten das darauf anlegen würde sicherlich irgendwann fallen laufer b7 droht vielleicht mal diesen laufer zu aktivieren ja unter bauern opfer dass der laufer auf dieser schönen diagonale frei wird eine idee aber karten hatte hier schon das ende in sicht h3 der springer hat nur noch ein feld zurück doch und jetzt könnt ihr ja mal schauen ob ihr so gut seid wie mark muss karten ob wir hier eine idee habt und ich hoffe ihr habt diese idee gehabt nämlich es fällt natürlich auf dass hier könig und dame so ein bisschen im springer bereich stehen und kam der zug springer f6 gabel und schwarz hat keine wahl er muss diesen springer schlagen was natürlich diesen springer auf h6 ungedeckt ist und jetzt sehen wir die dame in der nähe vom könig es droht e schlägt f mit dame g7 matt ideen schwarz versuchte auf e5 zu schlagen um dieses e schlägt f zu verhindern hat das feld g5 dabei aber freigelassen und springer g5 zugelassen und jetzt droht einfach matt im nächsten und das ist einfach nicht aufzahlen ein kurzer und knapper sieg von magnus kalzen ihr seht wir machen da keinen großen fehlerlass raus da wird einfach normal gute züge gespielt figuren entwickelt e5 ist immer ein standardzug um raumverteil zu sichern und wenn wir irgendwie angreifen können machen wir das auch noch ansonsten haben wir hier am damenflügel auch immer genug spiel überhaupt kein problem ja die marshall verteidigung hat natürlich jetzt so ein bisschen aus weißer sicht geguckt ganz klar vielleicht kann man das mit schwarz noch an der einen oder anderen stelle verbessern aber erst mal so für ein haus gebrauch nur als orientierung soll das erst mal reichen in dem sinne sind wir auch schon wieder durch ich sag besten dank fürs zuschauen das gerne like da wenn ihr mögt und dann sehen wir uns in der nächsten partie wieder schön dass du so viel spaß hat es mit diesem video wenn du den kanal noch nicht abonniert hast dann hol das doch jetzt bitte nach ansonsten habe ich jetzt zwei video vorschläge die für dich sehr interessant sein können viel spaß